Euer Herz ist aus Gold, eure Seele aus Stahl, ihr seid das Cockgebiet, die Droge, die mich süchtig macht. Das Fahrzeug hat keine Parkscheibe, ähm, drin. Und die Parkscheibe ist vorgeschrieben. Äh, wie jetzt? Ja, was ist doch rot? Ihr seid jetzt schon drei Wochen hier und schafft es noch immer nicht, ne Waffe zu halten, ohne Rückenschmerzen zu kriegen. Was macht ihr hier? Jo, Digger, voll krass unkorrekt, ey. Wehrpflicht ist wieder da, ich hatte nix Wahl. Ich hatte ne Wahl zwischen Knast oder Armee. Ich hab den Knast gewählt, aber der Richter so, spinnst du, du gehst dien? Naja, ich kann ne Waffe halten. Aber sie haben keine Beine. Ja, das liegt an dem Musterungstyp. Der nimmt seine Knarre und ballert so in die Luft. Ich erschrecke mich so voll krass. Dann sagt der Reaktion perfekt, sie haben bestanden. Auf einmal war hier... Oh, was, Generalsbefehls haben, der Feldwebel. Ich wollte zur Armee. Ich hab auch keine Rückenschmerzen. Aber sie sind vollkommen unfähig. Sie haben gestern versucht, ihre Waffe in die Munition zu stecken. Der Flohmarktstand ist eröffnet. Kommen Sie und kaufen Sie alles, was Sie durch Einbrüche verloren haben. Äh, hier steht kein Preis drauf. Dann kostet's nur die Hälfte. Kaufen Sie jetzt, wir haben alles, was das Herz begehrt. Wir überschreiten mit Ihren Löchern die zulässige Lochgröße. Das ist eine klare Behinderung für die Schatzsicht. Hilfe! Er will mich so lange tödlich umbringen, bis ich nicht mehr lebe. Ja, aber Sie leben doch noch, oder? Ja! Da kann ich leider nicht helfen. Melden Sie sich wieder, wenn die Tat geschehen ist. Ich bin der große Drachenkrieger und werde den Drachen zur Strecke bringen. Dein Brillen wird nichts nützen. Der Sieg wird mein sein. Deine Flammen sind machtlos gegen mich. Okay, mein Kopf brennt. Aber ich bin trotzdem feuerfest. Zum Angriff! Alter, wie viel Bier hat denn da schon gesoffen? Ja, na, gar keins. Der trank seine zweiprozentige Milch und dann ging's los. Stirb, du Ungetüm! Ich werde dich besiegen! Ich, der große Drachenkrieger, bezwinge dich!